Hallöchen Freunde, willkommen zurück mit der Lara und wir klettern jetzt hier hoch. Denn ich glaube wir sind gleich da, oder? Ne, ja gut, ist noch ein Stückchen. Absa, nicht runterfallen Lara. Immer schön weiter klettern. Hallo? Ah. So, was haben wir denn hier? Da kommen wir wieder runter. Achso, achso, hier sind wir wieder bei dem Hasen. Ach, alles klar. Gut, dann einfach weiter. Da ist das Signal. Da ist das Signal und immer noch keine Spur von dem Soldaten oder von diesem Bewohner, der hier noch rumlief. Oh. So. Und hoch. Ist hier alles ganz schön verwinkelt, das ist gar nicht so einfach. Ist hier alles zu merken, wo man langen muss und so weiter. Ja komm, mach was. Genau. So wie läuft das hier. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Verstärkung! Der hat gepinkelt. Ha, hab's gesehen. Da geh ich auf jeden Fall nicht mehr schwimmen. Hm. Wir müssen also da rüber, oder was? Sieht ganz so aus. Irgendwie so Außenrum, weil hier Ach, könnte schwierig werden. Da irgendwie rüber zu kommen. Oder? Da ist ja wieder Boden, da geht's wieder hoch. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Naja, ich geh jetzt mal hier lang. Besser ist, machen wir uns erstmal hier den Weg. Ja, da kommen wir noch irgendwie hin. Das kriegen wir schon hin. Aha. Das ist also ein Grab hier. Und dort kommen wir dann so rüber. Alles klar. Machen wir schon mal fest. Ich geh aber erstmal hier rein. Mal sehen, was wir da wieder entdecken. Bestimmt wieder schöne Dinge. Na, düster. Wie es immer so ist, ne? Schön düster. Oh Gott. Das sieht schon wieder vertrauenswürdig aus. Dem fehlt einiges, ne? Okay. Ist recht windig hier. Macht manchmal das Fenster zu. Und wieder hier so ein bisschen Zeugs in die Wand gemeißelt. Ja, ja, ja. Okay. Aber extreme. Draußen war es nicht so windig. Halt. Stopp. Oha. Das ist ja übel. Es gibt gar Sturm hier drinnen. Halle des Aufstiegs. Okay. Na, das kann ja lustig werden. So. Das ist mal hier hoch. Was? Oh Gott. Ich ahne, echt schlimm ist. Da haben wir aber noch einen Fähigkeitspunkt. Den können wir gleich mal einsetzen. Allerdings weiß ich noch nicht, wo. Wir haben ja noch nicht so viel bei Jäger, ne? Die Frage ist natürlich, brauchen wir überhaupt Jäger? Ist das wichtig? Achso. Können wir die hier schön ordentlich ausschalten? Gibt es extra Belohnung? Okay. Nehmen wir das jetzt einfach. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Gleich wieder raus. Wir wollen ja weitermachen hier. So. Bläst uns das jetzt hier runter? Oder können wir hier ganz entspannt lang gehen? Das gehörte früher zur Yamatai. Früher? Boah, noch nehmen wir das Fenster zu. Das ist ja... Ekelhaft. Boni. Als ich klein war, wollte ich schon immer ein Boni haben. Wir tätigen erstmal einfach irgendwas. Wird schon richtig sein. Okay. Das hängt fest. Und hat sich wieder ent... Äh... Dingst. Hier ist aber noch ein Dreher. Kriegt man das denn überhaupt zu? Bei dem Sturm? Schön. Läuft. Man kann das jetzt auch ordentlich hoch. Oder auch nicht. Ach so. Da müssen wir richtig schnell sein. Eieiei. Das kann ja heiter werden. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Flucht. Das wird nicht reichen. Nee. Das ist aber ganz schön knapp bemessen. In die Zeit. Na, mal gucken. Wenn wir das hier einfach hinkriegen. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jetzt wieder rüber. Moment. Geht gar nicht. Mist. Mist. Wie soll das denn gehen? Ach so. Warte mal. Da kann man doch lang klettern, oder? Sehe ich das falsch? Okay. Okay. Versuch mach du. So. Dann das Ding wieder hoch. Los geht's. Also los geht's. Ja. 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 Da hast du recht. Das ist jetzt mal kein Problem. Ja. 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 Ich hab das Gefühl, dass es noch zu niedrig ist. Das war ja gar nichts. ich bin ja nicht mal ansatzweise hochgekommen komm schon, komm schon, komm schon, schneller, schneller, schneller hoch, 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 hoch es reicht dann niemals aus jetzt geht hier gar nichts mehr oder was ich das jetzt erstmal hier hochziehe dann zurückgehe bis dahin ist das dann wieder weg irgendwie geht an die power glaube ich wie können wir das denn hinkriegen das ist ja ich meine am anfang ist noch relativ fix hier nach der opel gekommen da war wenigstens noch die möglichkeit da hoch zu kommen aber jetzt gerade wenn ich das erstmal hoch mache dann ganz schnell hin das hier zu machen dann hier wieder das kommt richtig weit hoch ne ich weiß nicht woran es jetzt liegt hier warum das hier plötzlich nicht mehr so gut funktioniert tja tja moment das muss ich mal überlegen hier kann man auch ein bisschen dran nehmen werkeln aber viel passiert da auch nicht wenn wir jetzt da gewichte ich kann die ja nicht hoch nehmen ich kann die ja auch nicht also Ziel auf jeden Fall ist da oben damit ich mich da festhalten kann dann da hochkleinern kann und fertig aber das ding will nicht ne wir probieren es jetzt erstmal erstmal hier zu und dann nochmal hoch echt mysteriös hier ja das war schon fast ach man ey das sah schon nicht verkehrt aus das gibt es ja wohl nicht ich kann da irgendwie hochkommen ja läuft sehr gut ei 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 das war ne schwere Gebot jetzt aber es war auch schwierig das Timing richtig zu finden weil man da ordentlich abspringt und alter kein Mistler aber so wunderschön gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruin? das ist wirklich schick so und dann können wir uns die Beute holen haben wir uns auch verdient so prima und gleich noch ein Upgrade bekommen echt tricky muss man schon sagen so nochmal wieder zurück und dann würde ich sagen machen wir dann auch nächste Folge wieder weiter und dort dann endlich auch mal wieder mit der Mission denn wir sollen ja immer noch den Piloten finden oder ich weiß gar nicht ob das der Pilot war oder einfach nur ein anderer Angestellter weiß ich gar nicht mehr so genau auf jeden Fall von dem Flugzeug einer falls der nicht schon tot ist ne komm mach halt hin ne wir haben noch keine Zeit sondern draußen ist jetzt bestimmt totaler Sonnenschein ja na gut ein bisschen windig ist es auch hier gebe ich ja zu na gut wir sehen uns dann in der nächsten Folge tschüss blöde mit Vielen Dank.